Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal in die My Little Box aus dem Monat April. Und wenn du Bock auf diese frühlingshafte Box hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück in die nächste Show und viel Spaß mit dem Video. Wir haben hier immer eine Geschichte, die uns erzählt wird, quasi durch die Box und durch die Produkte, die dort enthalten sind. Zwei Trendaccessoires begleiten das Ganze und drei Beauty-Schätze. Und ja, genau, ich habe sie hier. Normalerweise kostet die 19,90 Euro pro Box und pro Monat. Und mit Little Claudi bekommst du 5 Euro Rabatt auf deine erste Box. Schau gerne dazu in der Infobox vorbei, da habe ich dir einen Link dazu reingesetzt. Genau, ich habe sie hier, aber ich habe sie sogar zweimal hier. Das heißt, eine darf ich in diesem Video verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Schau gerne mal rein. So, und jetzt möchte ich dieses triste von der Umverpackung einfach mal ersetzen durch das sehr bunte Innere. Denn das haben wir meistens, dass die Box, der Umkarton quasi schon die Box an sich ist. Ich bekomme die in der Kooperation zugeschickt, um sie vorstellen zu können. Und hier haben wir auf jeden Fall sehr, sehr viel Buntes, was ich hier richtig toll finde. Also das hat was von Frühling. Hier steht es auch, der Frühling ist da und er bringt Blumen, endlich Sonnentage und bunte Outfits. Definitiv, wobei ich sowas ganzjährig trage. Du kannst Wollmäntel und Handschuhe in den Schrank verbanden und endlich sind dein Lieblings-Trenchcoat, die Jeansjacke und der Ringelpulli warm genug. Auf jeden Fall. Also ich war heute tatsächlich auch schon ohne Jacke draußen, da war ich schon ein bisschen stolz auf mich. Und wir haben ein kleines bisschen draußen auf der Terrasse abend gegessen. Also wir haben es jetzt auch abends. Super schön, sonniger Tag, fing erst apriltechnisch. Ganz schön verregnet an, aber wurde dann immer sonniger und immer schöner. So genial. Dein bester Buddy zum Start in den Frühling ist unsere 4-in-1-Tasche. Die passt einfach zu allem, egal ob du Teamstreifen oder Teampunkte bist, ob du sie über der Schulter oder in der Hand tragen möchtest. Ach, bin ich mal gespannt. Und alles für das erste Frühlings-Picknick passt auch hinein. Das ist natürlich super praktisch. Das Thema Picknick ist für mich nämlich im Frühling ein großes. Also genieß den Frühling im stylischen Outfit und in allerbester Begleitung. Time to blossom. Also es ist Zeit zu blühen und das sehe ich auch überall blüht. Es da hinten steht eine Magnolie, die so wunderschön blüht. Unser Mandelbaum blüht jetzt auch richtig schön. Und alles im Garten. Es wird alles so schön bunt und das mag ich einfach. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit den Beauty-Produkten, die sich hier drin befinden. Und das ist in so einem kleinen Täschchen immer. Das ist auch ganz cool, muss ich sagen. Und da haben wir zuallererst ein Produkt drin, was ich glaube ich sogar auch schon mal aufgebraucht habe. Les Secrets de Loli. Das ist ein Cream Conditioner. Und da haben wir 100ml drin. Ein sehr, sehr schönes Produkt, wenn ich mich richtig erinnere. Also auch der Duft, den mochte ich gerne leiden. Und auch die Wirkung. Ja, angenehm, dezent und schön cremig vom Duft her. Das mag ich. Und ja, sowas kann man sehr gut gebrauchen. The Weightless Program. Also für mich persönlich ist es auch immer eine schöne Sache, Conditioner in Boxen mit drin zu haben. Weil ich halt auch einfach recht viel davon brauche. Bei jeder Haarwäsche verwende ich die Conditioner-Sachen halt als Abschluss von der Haarpflege. Damit quasi alles wieder sich glatt hinlegen kann. Sehr, sehr guter Start, muss ich sagen. Dann habe ich als nächstes ein Produkt von My Little Beauty selber. Das ist die Eigenmarke. Die haben sehr gute Produkte, die auch immer sehr hohe natürliche Inhaltsstoffe drin haben. Also einen sehr hohen Anteil an natürlichen Inhaltsstoffen. Hier sind es 99%, 125ml von einem Reinigungsschaum für das Gesicht. Das finde ich klasse. Also so Reinigungsprodukte, das kann man einfach gut gebrauchen. Das ist etwas, was ich morgens verwende, was ich abends verwende. Zweiter Schritt vom Double Cleansing abends und morgens halt ganz normal, um mein Gesicht zu reinigen. Und ein Schaum ist immer auch, finde ich, ein schönes Erlebnis so als Reinigungsgedönsende im Gesicht. Mag ich sehr, sehr gerne. I really care it about you. Okay, das hat irgendwas mit Carrot, also mit Karotte zu tun scheinbar. Abgefahren. Gegen schlechte Haut und schlechte Laune. Mit Karottenextrakt. Dein wunderschönes Gesicht hat nur das Beste verdient. Einfach aufschäumen, sanft über die angefeuchtete Haut auftragen, abspülen und den Ah-Moment genießen. Ich mag einfach gerne diese Beschreibung, die mein Little Box in die Boxen Sachen so mit reinpackt, als auch dann auch auf die eigenen Produkte. Das hat immer so ein bisschen was Charmantes. Ich finde das total schön und es ist etwas anderes als diese klassischen Beschreibungen, ich mache das und das und das und das mache ich nicht, was du sonst so auf Produkten findest. Das hat was Liebevolles und Verspieltes und das finde ich schön. Von Polar habe ich hier auch noch was mit dabei und zwar für die Lippen. Das ist eine Lip-Bomb-Geschichte. The Genuine Lapland Cream. Auch hier sehr viele natürliche Inhaltsstoffe, 91%. Die habe ich, glaube ich, schon mal in Anwendung gehabt. Die hat, glaube ich, nur eine relativ leichte Färbung. Aber Lippenpflege können wir sehr gut gebrauchen. Noch besser wäre natürlich, wenn die jetzt auch noch einen Lichtschutzfaktor mit drin gehabt hätte. Aber so ist es dann eher was für mich persönlich für den Winter. So, das waren jetzt die drei Beauty-Produkte, die wir hier drin enthalten haben. Und dann kommen wir zu den zwei Accessoires. Das eine da drin, oh, guck mal, da ist hier nochmal so ein Infofil zu mein Little Box X Polar. Polar Lights und Polar Lips. Wie Schnee, der die Sonne... Schon wieder so eine Beschreibung, lieben wir. Wie Schnee, der in der Sonne glitzert, verleiht der zartrote Lippenbalsam Laponie deinen Lippenzauberhaften Glanz. Die einzigartige Zusammensetzung dieses Balsams mit drei arktischen Bieren nährt, schützt und färbt deine Lippen sanft, ohne zu fetten oder zu kleben. Seit 2005 hat die Brand Polar eine Mission. Die Schönheit der Arktis zu schützen und zu erhalten und gleichzeitig innovative, natürliche und cleane und in Frankreich hergestellte Produkte anzubieten. Da sind wir gerne dabei. Jetzt stehst du, siehst du, nein, siehst du vor dem Fenster schon die Nordlichter glitzern? Und dann hast du hier einen QR-Code, den du wahrscheinlich scannen kannst und dann zu Polar kommst. Abgefahren. Okay, also, hier ist jetzt das erste Produkt, was quasi das Accessoire ist. Das hier ist so ein Heftchen und da kannst du einfach was reinschreiben. Ja, so Gedanken und Tagebuchmäßig oder einfach als Notizbuch. Das ist schon praktisch, ne? Ich habe letztens auch eine Box für jemanden aus meiner Familie gepackt, wo ich tatsächlich auch so ein leeres Buch reingepackt habe, aber auch quasi, ja, meine Gedanken, also quasi mein eigenes Reinschreibtagebuch, ne? Was ich im Pelletiefelag rausgebracht habe und halt noch allerhand weitere Sachen. Das ist so eine Glücksbox gewesen, wo ich einfach so ein paar Tipps und Tricks mit an die Hand gegeben habe, aber das ist halt sehr privat gewesen. Deswegen muss ich da gerade dran denken und so ein Buch braucht man halt wirklich, ne? Wenn man einfach sich irgendwas von der Seele schreiben möchte, sowohl was Positives als auch was Negatives, ne? Und manchmal tut es einfach gut, ganz klassisch mit einem Stift auf den Zettel zu schreiben, anstatt dass man das irgendwie ins Handy eintippert oder am Computertagebuch schreibt oder so, ne? Das ist halt wirklich noch so oldschool, aber richtig, richtig schön. Ich weiß nicht, verwendet ihr Notizbücher? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich habe immer irgendwie welche im Einsatz. Ich habe hier auch gerade neben mir eins liegen, wo ich so ein paar Notizen gemacht habe, weil heute Drehtag ist und ich da halt einfach, ne? So, was kosten Boxen und so weiter mir alles aufgeschrieben habe, weil ich habe ja nicht alles immer im Kopf, ne? Ja, und jetzt kommen wir zu dem 4 in 1 Produkt, wo ich auch echt gespannt drauf bin. Denn so zum Sommer hin haben wir eigentlich in der My Little Box auch gerne mal so Taschen drin. Aber jetzt im April finde ich ziemlich cool. Da bin ich echt gespannt, was das für eine Tasche sein wird. Wobei, oder haben wir zweimal im Jahr eine Tasche? Vor allem, wenn man bedenkt, dass es dann ja auch eine 4 in 1 Tasche sein soll, ne? Ähm, ja. Gestreifte, wendbare Totebag. Diese Totebag aus recycelter Baumwolle ist nicht nur wunderschön, sondern auch wendbar. So passt sie zu allen Outfits, Moods und Wünschen. Okay, ich versuche ja auch immer irgendwie vergleichbar irgendwelche Preise dafür herauszufinden. Das ist manchmal gar nicht so leicht, ne? Dass ich halt euch auch so ein bisschen den Wert der Box aufführen kann. Ah, okay. So sieht die dann von der einen Seite aus. Die ist sehr, sehr groß. Sehr, 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 sehr groß. Also, es ist wirklich eine Totebag, ne? Das kann man gut als Strandtasche auch nutzen. Okay, ja, ne? Ich denke, wenn das eine Wendetasche ist, dann haben wir da jetzt auch sicherlich keine Innentaschen oder so drin. Muss ich gleich mal schauen. Wir haben hier auf jeden Fall so einen großen Henkel, womit man sich die Tasche halt ganz lässig so über die Schulter hängen kann. Wenn die befüllt ist, wird das wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr abstehen. Und dann haben wir auch noch den kurzen Henkel, dass man das halt so tragen kann. Ist auch optimal als Einkaufstasche oder so, ne? Wobei die dafür schon fast zu schick ist und zu dick, ne? Genau. Und dann kannst du das Ganze umdrehen auch noch. Also wendbar. Das heißt, die haben die Nähte dann auch so verarbeitet, dass das nicht blöd aussieht, ne? Das ist schon cool. Und ich glaube, dass ich die eher andersrum tragen würde. Das ist mehr so meins. Und da ist die halt vollkommen im Design von dem Notizbuch und auch von dem Inlay von der Box. Also das ist schon echt cool, wie die das gemacht haben, oder? Wirklich. Sowas ist doch auch jetzt nicht so super, super günstig. Und das sieht schön aus. Richtig schön. Guck mal. Ne? Ich weiß nicht. Diese Streifen hier drauf, gut. Finde ich jetzt nicht so wunderschön. Das hätte ich dann wahrscheinlich eher ohne Streifen für mich persönlich gefeiert. Aber es ist schon eine schöne Tasche. Die ist auch nie so weg, ne? Mag ich auf jeden Fall leiden. Da kriegst du sicherlich auch einen DIN A4 Ordner rein. Das ist auch immer ganz praktisch. Finde ich persönlich, ne? Also für mich ist es eine schöne, gelungene Box. Da haben wir tolle Produkte drin. Und wenn man halt für 19,90 Euro die Box im regulären Abo hat, lohnt es sich definitiv. Allein durch die Beauty-Produkte lohnt sich das schon immer, ne? Und dann hast du ja auch noch die Möglichkeit, mit Lil Claudi, wie gesagt, 5 Euro auf die erste Box zu sparen. Finde ich auch echt fair. Also schreibt mir gerne eure Meinung zu der Box in die Kommentare. Da können wir uns gerne mal drüber austauschen. Und ja, dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, dann wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!